Das war ein rechtes Meisterstück, der gleichem weder Tödemann noch Passe selbst zu Weg bringen kann. Doch hab ich weder Stern noch Glück, weil mir zum äußersten Verdruss stets eine Sau das Spiel verderben muss. Dann klingt es freilich abgeschmackt, das macht das böse Ding der Takt. Den könnt ihr Pflege nicht begreifen, ich mag euch singen oder pfeifen. Um euch recht grünlich anzuführen, so wollen wir was Künstliches probieren. Es hat es noch Herr Hammerschmidt gemacht. Es geht nach Fugger Art, ihr Pengel, habt acht. Zetzi, berun, in grob, in grob, in grob. Mein, mein, der Schlinge hat nicht recht getellt. Noch einmal fang ich an, gebt acht, dass ihr nicht fehlt. Zetzi, berun, in profundum, summus Aristoteles, plato et euripides. Nun, was ist das? Wo bleibt ihr? Seid ihr stumm? Fürwahr, ihr seid doch ochsenmäßig dumm. Merkt auf, acht, acht Takte sing ich erst allein. Dann fällt die zweite Stimme ein. Zetzi, berun, in profundum, summus Aristoteles, plato et euripides. Zetzi, berun, zetzi, berun, in profundum, summus Aristoteles, plato et euripides. Zetzi, berun, in profundum, summus Aristoteles, plato et euripides. Zetzi, berun, in profundum, summus Aristoteles, plato et euripides. Zetzi, berun, in profundum, summus Aristoteles, plato et euripides. Zetzi, berun, in profundum, summus Aristoteles, plato et euripides. Untertitelung des ZDF, 2020